Ziele, persönliche Ziele, nicht verletzt zu werden. Als Verein wollen wir natürlich oben mitspielen und natürlich haben wir hohe Ziele für diese Saison, dass wir versuchen auch wollen den Aufstieg zu schaffen. Vom letzten Jahr, wenn wir sehen, da ist auf jeden Fall Miesbach wieder stark, Landsberg ist stark, Peißenberg, ja und wir wollen natürlich da auch jetzt eine wichtige Rolle mitspielen. Wir wollen auf jeden Fall mehr mit dem Nachwuchs arbeiten, es ist sehr wichtig für uns, dass wir mehr aus dem Nachwuchs entwickeln Richtung erste Mannschaft und das sind so die Grundprinzipien, an denen wir arbeiten werden. Also liebe Mümminger Fans, wie im letzten Jahr freut ihr uns an und ich hoffe, dass wir gemeinsam den Aufstieg schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.